Mein Name ist Gönül Hildes Bulut. Ich komme aus der Türkei, aus der Region Dersin. Mein Vater gehört zu der ersten Generation, der hierher kam, um so zu arbeiten. Als Studentin bin ich nach Bamberg gekommen und habe hier meine zweite Heimat gefunden. Seit 2017 bin ich als Vorstandsvorsitzende der alevitischen Gemeinde Bamberg aktiv. Es macht mir große Freude, mich hier für die Gemeinde einzusetzen, weil Aleviden einen sehr großen Wert auf Solidarität, Toleranz, Gerechtigkeit und Bildung legen. Es ist ihnen sehr wichtig, in der Gemeinde und mit ihrem Umfeld so zusammenzuleben, dass alle zufrieden sind. Deshalb bin ich glücklich, dass ich mich hier ehrenamtlich einbringen kann. Die Freisearbeit ermöglicht der Gemeinde und mir eine aktive und spannende Gestaltung unserer Freiseite. Für Jung und Alt gibt es nämlich verschiedenste Aktivitäten, wie Musikkursen, Lesungen, Diskussionsrunden oder Theater. Auch sind wir offen für andere Kulturen, sodass hier auch ein rege Austausch stattfindet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020